halloa freunde und vielleicht herzlich willkommen erstmal herzige kampf so vielleicht noch mal alle spiele gewinnen muss vier spiele habe ich noch vier spiele müssen zum sieg reichen wenn ich nur eins verliere ja dann ist es aus aber die folge wird trotzdem wahrscheinlich zwei folgen haben einfach nur wenn ich nämlich verliere jetzt dann muss ich wenn ich jetzt verliere dann muss ich trotzdem dann muss ich trotzdem dann muss ich trotzdem ein spiel machen damit ich nicht absteig na gut erst mal wieder raus quitten du dreckiger hohen so ich mache einen kleinen cut mal wieder verstehe ich warum müssen denn die gegner raus quitten ist wieder der gleiche bastard oh gott das ist ein developer zu sein lass mich raten ah ja schon mal gar klar ist und veto ticket in belize war es jetzt sagt mir bitte nicht dass der auch quittet das ist was ich mache direkt mal was wenn ich schon dabei bin hier jetzt starten wir hier um zu gammeln ach ja ich lasse die credo in der mitte na wie geht's euch so wieso mir dann auf die nerven gehen ich habe einfach die überlegung gemacht das kann nur oft an der aufstellung liegen das team sei so gut aber die aufstellung passt mir nicht ich glaube das war trotzdem nicht gut klappen juhu necke für mich juhu ein Tor für mich wenigstens das wenigstens das na egal na ja weiß was ok ja wenigstens ich denke jetzt positiv einfach positiv denken was soll denn passieren oha er hat mal wieder walker oh 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 ey dieser walker der regt mich so auf alter was war wieder das ja bitter 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 wenn man mit lichy koppal duel verliert weil man nur auf pace will und der hat nichts kann außer rennen ich habe kein geschein nichts mehr ja das hast du nur verdient einfach hast du das nur verdient komm bitte kürze ich habe kein bocken auf dich ich habe kein bocken auf dich ja weißt was zu uns gehe ich auch noch defensiv das soll dir den virtuellen wichser zeigen aber auch 100% soll dir den virtuellen wichser zeigen das war der virtuelle mittelfinger das war sowas von der virtuelle mittelfinger das war der virtuelle mittelfinger aber hoch 10 und mehr hast du nicht verdient das war der virtuelle mittelfinger aber hoch 10 hoff ich liefst du bitte ich will dich nur quitten sehen dann weiß ich dass ich das erreicht habe was ist das ich habe gerade was vergessen ich habe vergessen zu kappen AHHHHH erstmal noch ein bisschen die gegner aufregen weil er auch immer pause gemacht hat das werde ich ja später noch ein bisschen ausnutzen wirklich wenn er das Problem hat ja ich hab mir nur noch nicht ja ich hab mir noch hinabgelacht Ich bin Tschech, ich halte alles. Ich bin David Ia, ich treffe nicht. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Aber ich war 3-0-4. Oh Gott, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, nicht. Bitte, nicht. Bitte, nicht. Jawohl, ich habe den Sieg bekommen. Ja, gut. Also, dann kommt gleich das Allerentscheidende. Also, das Spiel, ob es entscheidet, ob es nicht. Damit sozusagen die erste Saison vorbei ist. Oder nicht. Also, dann bin ich gleich. So Leute, dann sind wir wieder. Und... Ah, das ist entscheidende Spiel. Auf geht's. Eine 81er-Bewertung. Snyder-Gündogan... Soll ich ein cooles Hybrid. Das muss man sagen, warum Snyder im Sturm ist er? Vielleicht mal irgendwie ein fast fehlender Sturmmannetter. Oh, er wird kütten. E.A. Sports. It's in the game. Applaus FIFA 14. Applaus EA. Applaus dafür. Da dieser Hurensohn, dieser dreckige Bastard, natürlich gerade liefen musste. Am Anfang. Was denkt sich EA? Hm. Wir werden das mal als Spiel. Und was ist? Zack. Ich bleib einfach in der Liga. Ich hab nicht mal die Chance, noch die Titel zu bekommen. Die haben mich einfach... Die haben jetzt als Spiel sozusagen gewertet. Oh, Junge. Man könnte EA so ins Gesicht furzen. Jedem einzelnen Mitarbeiter und denen eine Schelle verpassen. Wie kann man denn so einen Scheiß programmieren, Alter? Der, der quittet, der sollte das Spiel verlieren. Und der, der nicht quittet, der sollte das Spiel gewinnen. Fertig. Aus. Auch wenn's Internet abkackt bei dem. Dann sollte man mich nicht verlieren lassen. Ist das so schwer oder was? Ja, toll. Damit ist mir jetzt die ganze Chance... Das Ding zu bekommen... Weggenommen worden. Klasse. Kann ich von dem Team verabschieden. Ja, zum Abschluss kann ich nur sagen. Ich werde bald neues... Das wird bald neues Team kommen. Und... Ja, ihr werdet's dann... Sehen war. Und bis dahin. Bleibt... Am Ball. Fick dich EA. 2 3 3 3 5 5 5 6 5